Bei Rund ums Kind und mehr Weihnachten ist es schon sehr. Bei mir gibt es nicht nur Schlafberatungen, Softlaserbehandlungen und Babymassagen, sondern ab sofort... Tolle Produkte von Ja und Anders. Das haben eine Kinderkangenschwester und eine Hebamme zusammen entwickelt. Die Produkte sind ohne Chemie und von 0 bis 99 Jahren zu verwenden. Babywindelbeisam ist sehr gut bei den empfindlichen Windelstellen und hilft bei Schnupfnasen und geröteten Lippen. Sehr gut. Mein absoluter Favorit ist das Babypflegeöl Rose, der Seelenschmeicher, das Bondingöl. Sehr gut bei Blähungen und ich verwende es wirklich sehr gerne bei den Babymassagen. Pflegecreme Pur ist für alle zu verwenden und überall ist es auch zu verwenden. Großer Bär ist jetzt zur Zeit für die Erkältungszeit sehr gut. Die Duschträume in verschiedenen Varianten, sie duften gut und lösen sich von selbst mit einem Schwammrunden auf. Vom 14.11. bis 20.12.2020 ab einem Bestellwert von 20 Euro nimmt jeder automatisch mit seiner Rechnungsnummer an der tollen Verlosung teil, die was bei Rund ums Kind und mehr stattfindet. Zu gewinnen gibt es einen Gutschein im Wert von 50 Euro, eine Lieblingskindbox und ein Rein- und Feinset. Wir wünschen euch eine besehnliche Vorweihnachtszeit. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020